Für die Multimedia-App Kodi gibt es ein neues Skin mit einer speziellen Bedienoberfläche. Sie ahmt die Optik und Bedienung des Fire TV und des Fire TV Stick nach. Wem also die Fire TV-Oberfläche zusagt, der kann diese jetzt auch mit Kodi verwenden. Voraussetzung dafür ist mindestens die aktuelle Beta-Version von Kodi 15.0 alias Isengard. Mit der aktuellen Final-Version läuft das Skin nicht. Es hat noch Alpha-Status, funktioniert aber bereits ohne große Probleme. Teilweise sogar in deutscher Sprache. Wie auch bei der Fire TV-Oberfläche sind auf der linken Seite die Hauptkategorien angeordnet. Der rechte, größere Bereich ist für die Inhalte reserviert. Der Nutzer kann hier beispielsweise seine Video-, Foto- oder Musiksammlung durchstöbern, ähnlich wie er es von der Fire TV-Oberfläche gewohnt ist. Alle Einstellungen für Kodi selbst sind ebenfalls in der typischen Fire TV-Anordnung angelegt. Das Skin bietet Nutzern zudem eine Reihe von Optionen, um es nach den eigenen Bedürfnissen zu konfigurieren. Es reagiert angenehm zügig und ermöglicht eine flüssige Bedienung.